Investieren Sie doch mal absichtlich in totalen Mist oder in absoluten Schrott oder in etwas, was kein Mensch mehr braucht. Denn genau jetzt ist die Zeit, in Nachhaltigkeit zu investieren. Nichts wird langfristig mehr Stärke und Dynamik entfalten. Um das volle Potenzial einer nachhaltigen Wirtschaft auszuschöpfen, haben wir einen Fonds mit gleich zwei Vorzügen entwickelt. Einen Fonds, von dem Sie profitieren und von dem alle profitieren. Nachhaltig anlegen mit der BLKB. Das, was Sie heute für morgen machen können. BLKB. Was morgen zählt.